Ja, moin moin! Ein neuer spannender Leseschatz von Sui Beck Memoria. Sui Beck ist Übersetzerin, Verlegerin. Mit Jan Carsten leitet sie den Kulte-Books Verlag. Und sie ist natürlich auch Autorin. Sie hat schon diverse Krimi-Preise gewinnen können. Sie hat damals auch schon eine Krimi-Reihe geschrieben, die so in Schottland angesiedelt war. In den neueren Krimis geht sie auch bis in ihrer Leidenschaft nach, nämlich der Science-Fiction-Literatur. Sie hat mir zum Beispiel auch von Star Trek mal die Star Trek Academy das Emblem geschenkt. So teilen wir eine kleine Leidenschaft. Und seit der Lieferanten und danach Paradise City schreibt sie Romane, die in der nahen Zukunft, also in einer verlängerten Gegenwart angesiedelt sind, ebenso auch Memoria. Spielt in einer ähnlichen Welt wie bei Paradise City, falls man es gelesen hat, muss man aber auch nicht. Die Welt ist globalisierter, die Menschen leben in Existenznöten, aber auch gleichzeitig luxuriöser, von Security-Menschen bewacht. Und natürlich auch die Klimaveränderung greift immer mehr um sich. Harriet ist die Heldin von Memoria. Sie fährt mit dem Zug zu einem Auftrag. Sie ist als Klavierbauerin, wie auch Stimmerin tätig. Ab und zu arbeitet sie auch als Portier etc., also als Security-Frau. Und ist jetzt in diesem Zug, der auf offener Strecke plötzlich stehen bleibt, weil ein großer Brand den Zug stoppt, weil ein Waldbrand sich ausgebreitet hat und sie erstmal nicht weiterfahren können. Das Personal sagt dann auch irgendwann, man dürfte aussteigen, kurz Luft holen, weil man würde dort länger stehen. Das machen die dann auch und sehen, dass in der Nähe ein Altenheim brennt, also wie sie in Gefahr läuft, ins Feuer zu kommen. Und die Menschen werden dort evakuiert. Die gehen dorthin und versuchen zu fragen, ob sie helfen können. Harriet sieht in der Nähe ein Haus, was alleine für sie steht. Und sie versucht dort Einzug zu drängen und rettet auch eine Frau. Um ihr weiterzuhelfen, nimmt sie den Wagen, der dort auch steht, und fährt mit der älteren Frau zum Krankenhaus. Jetzt wird ihr was bewusst, denn sie kann ja gar nicht Auto fahren. Sie hat ja gar keinen Führerschein. Und die ältere Frau hat sie auch mit ihren Vornamen angesprochen, was sie dann da machen würde. Aber das tut sie nicht später hinab. So kommt so langsam etwas zu tragen, weil langsam wird Harriet etwas bewusst. Sie hat auch komische Träume. Und sind das Träume oder sind das Erinnerungen? Und als sie zum Beispiel ihre Handtasche dort bei der Rettungsaktion vergessen hat, die sie liegen gelassen hat, beantragt sie ihre Papiere neu. Und dort wird sie auch gefragt, ob sie neben dem Pass auch ihren Führerschein neu haben möchte. Und sie ging davon aus, sie hatte nie einen Führerschein besessen. So baust sich langsam eine Geschichte auf, weil Harriet möchte nun wissen, was ist mit ihren Erinnerungen los? Was ist da vorgefallen? Sie war Pianistin. Sie hat eine Verletzung an der Hand, wo eine OP war. Da muss, da ist irgendwas und der Roman spielt jetzt mit den Erinnerungen, mit der Möglichkeit, was ist tatsächlich, was macht denn unsere Erinnerungen aus? Sind die manipulierbar? Hat so ein bisschen was von Science Fiction unsparen, von Total Recall? Aber hier denn doch sehr bodenständig und auch zeigt das, was möglich ist oder möglich sein könnte. Das in einem rasanten Thriller. Die Kapitel sind sehr kurz, so ist man sehr schnell in diese Handlung reinkatapultiert geworden und ist auch sehr nah an den Figuren, sodass man wirklich wissen möchte, was ist hier tatsächlich vorgefallen, was passiert hier. Ein typisches Rebac-Sound macht Spaß zu lesen und verspricht kurzweilige, gute, nachdenkliche Unterhaltung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!